Ich war schon immer fasziniert vom menschlichen Körper. Seine Eigenschaften, seine Funktionen, gleich in einem nie endenden Buch, in dem ich jeden Tag lesen darf. Mein Name ist Shachaf Horkan, ich bin Doktor der amerikanischen Chiropraktik und erfahrener Kampfsportlehrer. Ich kam von Südafrika nach Düsseldorf, um einen Traum zu verwirklichen. Einen Ort, der Fitnesstraining und chiropraktische Behandlungen optimal kombiniert. Und heute kann ich mit Stolz sagen, mit Basic Aid ist mir das gelungen. Unsere Kunden genießen bei uns ein hartes, faires Personaltraining, welches seinen Ursprung in verschiedenen Kampfsportarten findet. Ich habe gelernt, dass man seine Ziele nur mit harter Arbeit, Ausdauer und Ehrgeiz erreicht. Und genau das geben wir an unsere Kunden weiter. Das Fitnessstudio mit Praxis für amerikanische Chiropraktik ermöglicht es mir, meinen Kunden eine ganzheitliche Behandlung des menschlichen Bewegungsapparates zu bieten. Insbesondere bei muskuloskelitalen, funktionellen Störungen, die große Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit haben. Bei Basic Aid ist Gesundheit ein Lebensstil. Ischeant Friedland Oder bei Ischeant Friedland Ischeant Friedland Ischeant Friedland